Hallo und herzlich Willkommen zu einer anderen Folge von Vampire the Miscuit Bloodline. Das Völke waren die auf dem Friedhof, haben gegen Zombies gekämpft und naja, alle drei Möglichkeiten gesehen, die man als Aufgabe bekommen kann, um Romeros Aufgabe zu schließen. Ich habe es nicht noch einmal geschafft mit den Zombies, ich habe das jetzt noch einmal eine Stunde lang immer zu versucht, ich habe es wie gesagt noch einmal hinbekommen, irgendein Tor war immer zerbrochen gewesen, aber hier ist es mit Nahkampf gemacht, auch mit Fernkampf war im Prinzip egal gewesen, wenn man sieht, dass es immer dieses Tor, sag ich mal, immer mehr eingebeutet ist, es ist mir eigentlich sowieso dagegen geschlagen und irgendwann ist es halt, ja, weg, kaputt. Erstmal weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe, da habe ich es zwar geschafft, habe wieder gesehen, aber, ja, erst einmal hinbekommen. Ich habe dann das so gemacht, dass ich dann nochmal die Möglichkeit mit der Rohre genommen habe, da hatte ich übrigens noch die Möglichkeit gehabt, dass ich noch hier in den Fernkampfskill ein bisschen verbessern konnte. Auf jeden Fall zu der einen Punkt vom Skill, aber naja, gut, aber jetzt ist es halt so. Deswegen, ja, dann brauchen wir es. Sie haben für Romero eine Nutter geschlitt, Mutter wäre stolz auf sie. Das ist halt leider so. Na, was machst du da? Kannst du das sein lassen hier? Jetzt wollen wir mal sehen, wo der eigene Typ hat, den wir eigentlich finden sollen. Das sind ja die ganzen Rand, die spinnen hier ab. Oder wir gehen erst ins Visio für hier, sowohl, weiß nicht. Aber ich glaube nicht, wie es ist, kommen wir glaube ich auch später hin. Okay, erst mal zu meinem Kontakt. Bist du das? Nee. Ich habe einen Bestand gehabt. Dann kann ich nicht rein. Wirst du mal kurz ab? Warte. Ja. Der. Der da steht. Okay. 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 Bist du der Typ mit dem Band? Isaac schenkt mich. Ja. Ich meine, was? Wer in der Hölle ist Isaac? Ich weiß nicht jemanden namens Isaac. Geh verloren, Bitch. Ach komm. Ach komm, ich habe Spaß für den Band. Gib es mal einfach. Da kannst du gehen. Tape? Was Tape? Ich weiß nicht, was du in der Hölle sprachst. Ich komme aus hier. Hör zu, es ist alles der Butter. Sag mir, bevor du solche Angst hast. Okay. Entschuldigung. Es ist nur, dass... Ich meine, etwas ist... Ich will nur das ganze Ding aus. Ich will nichts mit dem verdammten Tape tun. Warum? Was ist denn los? Ich... Ich weiß nicht. Ich meine, wenn es zu Videos kommt, habe ich alles gesehen. Und ich meine auch alles. Aber dieses Ding... Es ist krank. Es kann nicht real sein, aber es ist. Ich weiß es. Es ist real. Und es schlägt mich aus. Oh, du hast keine Ahnung. Es ist schrecklich. Die Frau... Und die Dinge, die zu ihr passieren. Es ist einfach nicht richtig, Mann. Es ist einfach nicht richtig. Ich weiß nicht. Es ist etwas falsch. Es ist etwas nach mir. Ich versuche Gott, etwas nach mir ist. Was? Wovon redest du da? Schon gut, schon gut. Gib mal einfach das Band. Ich hab es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Du musst finden sich Jinger Swanns. Huh? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin raus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Christ! Ich habe den Film gesagt, er habe das Video sicher versteckt. Der einzige Hinweis ist... ...Shinshow, Sven. Sie haben seither herausgefunden, dass Sven... ...ein verstorbener Filmstar ist. Bei der Bedeutung, dass man das beim Friedhof fährt. ein verstorbener Filmstar, der bedeutende, weil Friedhof hätte man das gebunkert. Zumindest hier sehe ich jetzt keine Gegner oder halt irgendwas, was ihn geflassen haben könnte. Ich glaube, wie gesagt, das Versteckte immer unter den einen. Glaube ich heißt, die Lasferatu spielt. Ich glaube, hier war, glaube ich, ja nix weiter. Nur, ey, wir sind viele noch gezerrt und dann hier unten gelünscht. Aber da gehen wir nur in die Oberfläche. Schönen Schoss, man. Hier komme ich noch nicht rein, Mädchen. Ich könnte schon hier nochmal nachsehen mit denen. Vielleicht mal zum Turmel, der da ist mit Schönen Schoss ran. Und sonst jetzt im Moment, würdest du sagen, ne? Ja, beim Friedhof, dass ich vielleicht nochmal zu nix gehe. No. Das war nix, was jetzt nicht mehr gebraucht hat. Ich möchte mal hier noch sehr vielleicht hier etwas vor, wie gesagt. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Was ist denn? Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das sind Filme wie Gold, Kolibris, die Kolibris, oder wie dann? Nein, dann ja, es ist ein Antwort im Jahr 1904, das ist die Mausoleum. Ja, hat dich da? Gut, klar. Also muss ich zum Friedhof gehen. Ich hätte ja gesagt, schön, Schau, Sven. Also muss das Band beim Mausoleum sein, dort unten beim Friedhof. Also, ich gehe nochmal runter. Also, nur ohne Zombies. Ja, weil du, wenn du auch voll so ein Zombies gebissen wirst, bist Leben von dir ist er auch, aber das Zeitvollste ist halt der Schlimmste. Und da hat sich so zu viele Sekunden halt nichts machen kannst. Das ist halt, naja, ein bisschen doof. Ich meine, das sind ja nicht wirklich schnell gewesen, die Zombies, aber die Masse, die jetzt halt, sind doch schön gemacht. Das ist eine Riesenmasse, als du bis hattest. Ja, das war schon ein bisschen viel. Das hat fertig mit, glaube ich. Nicht übel, wie läuft's auf dem Friedhof? Moon comes up, dead come out, hammer comes down. TV gets a lousy reception. All in all, life's having a round swell. Äh, was anschilpert dir, da musst du wohl etwas dagegen tun. Schön zu hören, bis dann. Das war jetzt aber nicht das, was ich jetzt eigentlich in Information haben wollte. Wegen dem Mausoleum wollte ich eigentlich fragen, aber... Hm. Muss ich wahrscheinlich doch mal selber nachsehen. Weil hier ist ja das Mausoleum. Was ich als ein Schildschuss ran wohl hier, irgendwie so, oder? Da wird's den machen. Woolleum. Ah. Hier bin ich hergekommen Kannst man echt gerade schon an diese Sache her Oh hier ist was Ich meine das war genug noch ausgefeiert hinterher vielleicht oder was Ein Horrorvideo Eine schäbige Videokassette Das Label ist billig und abgenutzt Tü und Logo sind kaum zu erkennen Sieht aus wie Devil's Spawn Flashfest von DMP Diese Kassette scheinen Besitzer öfter gewechselt zu haben Ja So was haben wir jetzt Sie haben das von Isaac gesuchte Video gefunden Verständnis in Shinshaw Sven's Grab Es ist extrem abgenutzt und das einzig lesbare darauf ist Devil's Spawn Flashfest von DMP Bringen Sie das Band Isaac Na dann wollen wir das wohl tun Ist das Band? Jo, ne Jo, auch nicht Hm Ach hier Horrorvideo, Videokassetten Aber hier steht Steppel Sport Flashfest 1 Tja Das sind alte VHS-Kassette Schon abgenudelt und durchgeleiert Das Bild ist nicht mehr wirklich gut Das Schwarz ist nicht schwarz Und das Rot ist eigentlich nur noch verwaschen Ist eigentlich Naja Auch nicht wirklich rot Die Papen waren nicht mehr wirklich gut Tja Das ist in der VHS-Kassette wirklich ziemlich schnell abgelaut gewesen Das sind teilweise kaum noch was abkann Das ist auch wirklich gut für die Qualität nicht gewesen bildtechnisch Ich muss sagen, dass die VHS-Kassetten nicht mehr wirklich Belange haben Oder halt wirklich was für's genutzt werden Werde ich nicht so böse drauf Da den ganzen Bandsalat, den es teilweise kaum bin, das rumgesponnen hat Dann das Zurückspulen, Vorspulen, ach nee Muss ich ehrlich sein, bin ich froh, dass es das nicht mehr gibt Genau, die beiden Audio-Kassetten war ja nicht besser Naja, ich gucke ein Auto, obwohl du nirgends wie ein Auto fahren siehst So, genau, das war hier hinten gewesen Lauf zu Ja, tausende, oh Sie haben sich neue Gestalt gegeben Aha Aha, von mir aus Abspeichern Sehr guter Zeit Hand mir das Item Ah, richtig, hätte ich fast vergessen, dann muss ich wohl los, ne Ich habe es noch nicht, ich komme wieder, wenn ich es habe Nein, sehr gut Jo Oh, I didn't doubt you'd find this And I apologize if I was overly imperious before A reflex action I get a lot of young blood in here for getting their place I'll assist you as reasonably as I can with your task But first This tape I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable I do have a feeling that whatever's here may be of use to both of us Help me, help me, please Help me Help me I knocked out the door Help me 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 Ich glaube, du kannst jetzt meine Gefahr verstehen, nicht wahr? Das war krank. Warum zum Teufel musste ich mir das ansehen? Das sie mir eigentlich überhaupt nicht helfen können. Sag mal der Eins. Jetzt erklafen Sie, dass dieses Band etwas mit Ihrem Verschwinden zu tun hat? Ich glaube, es funktioniert. Es ist unglaublich anders als sonst. Und diese Kreaturen. Ich weiß nicht, wie viele professionelle FX-Häuser diese ausfüllen könnte. Es ist aber ein Problem, dass der Film nicht komplett ist. Die erste Hälfte ist verletzt. Wir brauchen eine komplette Kopie. Nach dem Spitshine-Gloss der Hollywood-Dream-Faktorie gibt es eine andere Stadt, die ein schmutziges Be-Produkt ausfüllen, für die furchtige Konsumierung einer beobachteten Publikum. Ich habe keine Angst, dass der Film seinen Weg zu einem anderen Smut-Pedler gefunden hat. Ich würde mich fragen. Natürlich. Gibt es noch etwas, das ich für diesen Stand tun kann? Es ist etwas, aber es betrifft einen Gargoyle. Ich kann sehen, das hat Ihre Aufmerksamkeit. Auch mal der Freude sehen. Ja, erzählen Sie mir von diesem Gargoyle. Es hat eine Residenz in meinem liebten Asien-Theater genommen. Es ist jetzt geöffnet, aber das ist neben dem Punkt. Ich habe einige Leute, um ihn zu erheben, und es hat sie zurückgebracht, mit ein paar weniger Schäden. Ich kann das Monster-Attacking-Kindred in meiner Stadt nicht haben. Es ist ein schmutziges Stein mit einem Schmutz für Blut. Ich würde sagen, dass es keine Methoden gibt, dass Sie sich evisceriert werden. In Wahrheit würde ich es lieber als Einladung haben. Aber ich wüsste, dass es ein schmutziger wird. Hier ist die Schlüssel für das Theater. Ich lasse es dir an. Ich werde den Torado in den Trimärn-Bus. Dauert an, dass ich dann in den Falle frage, wie man den besiegen kann. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Mal sehen, was ich tun kann. Ich hätte noch eine weitere Frage. Erzähl mir von sich. In deinem Leben, unwittinglich oder nicht, hast du eine Isaac Abrams-Produktion gesehen. Als Finanzierer von 30% der amerikanischen Filme Top 100 Filme, musst du es haben. Ich bin der Baron von Hollywood, kann ich jedes Projekt, das ich will. Ich bin beeindruckt, mit welchen Versionen haben Sie am liebsten gearbeitet. Mal gucken. Wo haben Sie auch Everest 2 oder Ghost Brusa produziert. Ich liebe diese zwei. Kann ich schon mal in einem ihrer Opfer mit spielen? Hm. Schau mal die drei. Unless you're the most spectacular actor I've never heard of, your look would be a tough sell. But don't take it too hard. Once you're dead, there's no such thing as good publicity. Haben Sie Cuebot Jr. produziert? Den Film habe ich geliebt. Nicht mal so. Mit wem haben Sie am liebsten zusammen gearbeitet? Stewart, Lean, Hitchcock, Wilder, Holden, Dean, Scorsese, De Niro und, last but not least, Ash, mein Kind. Ich erinnere mich, ein Studio-Suit, die in Zeit verloren verloren hat, meinte, dass die einzige Sache, die für Bogart zu nutzen konnten, war, die Furniture zu移ern. Ash. Ich habe eine neue Rolle. Ash. Where do I begin? Seven Jahre ago, I saw a casting session for what would become Negative Zero. The moment I set eyes on him, the passion of his performance, I knew he had it. No, war. Ich habe nichts wie ihn seit Cliff Durdean gesehen. Er hat die looks, die Charisma, die allure, die nicht definierende Qualität, die eine Film-Legende macht. Mein erstes Film mit ihm hat er eine Sensation, und er hat ihn auch verändert. Er hat ihn auch verändert. Und er hat alle wissen, wer er war. Ich habe nie mehr gemacht. Die Party, die Trinken, die Sportbote, die Frauen. Einer Nacht, als ich ihn zu diskutieren wollte, habe ich ihn nur tot aus einer Überdose gefunden gefunden. Und ich konnte... Ich konnte ihn nicht gehen lassen. Sie haben ihn gehört, den sie hier am Kipp gemacht haben. Was haben Sie nicht dabei gedacht? Haben Sie nicht an die Folgen gedacht? Was machen wir die alles? Was ist passiert? Ich habe ihm einen Klub, einen Schrapp von seiner alten Glorie. Ich habe alles, was ich konnte, um die Veränderung zu ermöglichen. Passt er Sie jetzt? Ich hätte noch andere Fragen. Was können Sie mir über die Nosferatu erzählen? Ich hätte eine weitere Frage. Nein, doch nicht. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Keine Frage. Clan Gangrel. Ja, auch Beckett ist ein Gangrel. Und nach der Mörder, die wir dann gesagt haben, nein, 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 nur auf. Also, die Snuffer-Fähre. Isaac will eine vollständige Version des Snuff-Videos sein. Er hat einen Stock war mit den Schundverkäufern in Oliver zu sprechen und den Ursprung zu finden. Unten tut sich ihre Lieferung. Sie haben Isaac das von ihm gesuchte Band gebracht und Kammerjäger für Gargoyes. Isaac will, dass sie sich um den Gargoy kümmern, der im alten asiatischen Theater lebt. Sie haben im Gildhast der Tremere dort ein Buch über Gargoyes gefunden. Und vielleicht sollten sie dem Ringen der Tremere Maximilian Strauze einen Besuch abstanden. Ja, das macht auch Sinn. Da kann er ja sagen, du kannst den Gargoy besiegen, indem du, das weiß ich, das war's. Sonst hast du keine Chance gegen den. Ich glaube, den kannst du auch sonst nicht besiegen. Der ist natürlich sonst noch gut besiegbar. Das ist sonst gar keine Chance. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle wäre jetzt mal auch schon die Folge im Ende. Blut, jetzt nicht wirklich ins Fahrrad zu machen. Und ich würde da in der nächsten Folge so nach Downtown fahren, um dann Maximilian da ein bisschen zu reden, dass ich da den Gargoy besiegen kann. Also, vergesst nicht zu liken, zu speichern und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr, was ihr wollt oder an einem anderen Video. Und in der nächsten Folge geht es dann nach Downtown, dann reden wir mit Maximilian Strauß und dann werden wir hoffentlich dann den Gargoy besiegen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.